hallo freunde schön dass ihr wieder mit dabei seid heute ist mittwoch der 12 oktober 2022 kw 41 wir sind mal wieder im auftrage der informationsbeschaffung unterwegs und schauen uns gleich an was kassi mendoza denn diese woche für uns im angebot hat zwei sachen möchte ich vorneweg noch schnell erwähnen erstens mal heute abend ab 20 uhr gibt es ein livestream wir werden ganz zwanglos ein paar kontrollpunkte machen vielleicht mal ein bisschen fahndung bisschen in der liga vorwärts kommen egal wir werden einfach hoffentlich mal zwei zweieinhalb stunden wieder spaß miteinander haben also tragt euch das gleich in euren kalender ein in euren timer stellt euch den wecker besorgt euch tagsüber noch genug snacks und getränke und wir sehen uns hoffentlich heute abend ab 20 uhr hier bei 40 zocken das ganze findet natürlich statt im rahmen der festlichkeiten nenne ich es mal zum fünften jahrestag unseres kanals 40 zocken das war das erste das zweite ich möchte noch mal kurz was zeigen und zwar wurde ja mit dem letzten update eingeführt dass man die individuelle waffe also zum beispiel je nachdem welche spezialisierung man hat raketenwerfer armbrust flammenwerfer etc ihr wisst schon ein und ausschalten kann visuell und das ganze war früher unter dem reiter einstellungen und ich glaube benutzer oberfläche da ist es dann allerdings wieder verschwunden und das hat ein bisschen für irritation gezeigt gesorgt nicht nur bei euch sondern auch bei mir bis mit der gute charles dann den tipp gegeben hat dass das ganze jetzt an einer anderen stelle zu finden ist und zwar müsst ihr folgendes tun ihr geht mit ihm in euer inventar wählt einfach eine ganz normale waffe eine der ausgerüsteten waffen eins oder zwei ganz egal drückt x und dann findet hier hier unten unter dem grundschaden anzeigen auch noch die option individuelle waffe anzeigen aus oder ein bei mir ist sie auf aus das heißt man sieht meinen raketenwerfer beziehungsweise granatwerfer nicht wenn ihr eure waffe sehen wollt klickt einfach auf ein ihr seht hier ist der granatwerfer wieder zu sehen aus und schon ist er weg genau und hier findet ihr übrigens auch das hier das ist manchmal ganz interessant vor allem bei den händlern vorbeischaut grundschaden anzeigen ein oder aus das bedeutet dass ihr bei den waffen beim händler oder wenn ihr irgendwas findet oder im inventar eben angezeigt kriegt wie viel grundschaden diese waffe hat sprich alle eure mods verstärkungen etc oder attribute talente werden nicht berücksichtigt sondern man zeigt euch einfach nur den grundschaden der waffe an ihr seht zum beispiel hier beim test subjekt ich habe jetzt einen schaden mit von 72.400 durch die ganzen attribute mods etc der grundschaden der waffe beträgt aber hier man sieht es hier in der weißen klammer 51.700 und die 20.700 die noch oben drauf kommen um 72.4 zu erreichen sind eben durch meine individuellen sachen noch dazu gekommen so das waren die zwei sachen die ich vorher kurz erwähnen wollte danke isaac und jetzt schauen wir mal was kessie denn für uns hat diese woche hier auch noch mal ganz kurz der hinweis ich weiß ich weiß die weste die hunter weste wird man mir immer noch nicht angezeigt ich bin dran wenn ich mal ein bisschen zwei drei stunden am stück zeit finde dann mache ich noch schnell die restlichen hunter in new york und dann werden wir auch hier zukünftig die weste unter dem schild splitterer sehen falls diese weste heute unerwarteter weise extra orbitante werte aufweisen sollte also ein absolutes must have item sein sollte dann bitte postet mir das unter die kommentare ich werde das dann anpinnen und dann weiß auch jeder bescheid dass er sich diese weste besorgen soll gut fangen wir an das ganze geht los mit der benannten pistole mosambik spezial wer auch immer sich diesen namen ausgedacht hat ein geografie fan wir haben einen grundschaden von 98.700 haben ein kernattribut pistolenschaden 12.2 und 7,5 prozent lebensenergie schaden und als talent perfekter brotkorb körpertreffer ergeben zehn sekunden lang ein stapel mit 50 prozent kopfschuss schaden maximal stapelgröße beträgt 2 prozent also haben wir zehn sekunden lang dann maximal 100 prozent kopfschuss schaden dann haben wir den rucksack batterierucksack vom empress international das ist der rucksack den ich gerade momentan auch trage empress international ganz klar ihr seht hier ich habe alle drei teile von empress international angelegt wenn ihr nur den rucksack oder nur ein teil anlegt habt ihr zehn prozent fertigkeiten lebensenergie bei zwei teilen zehn prozent fertigkeiten schaden bei drei teilen fertigkeiten effizienz für mich gerade ich laufe jetzt wieder mit meinem seeker und geschützt bild ich habe mir das ganze so provisorisch als taktiker bild habe ich es benannt und ihr kriegt einen fertigkeiten rang für diesen angelegten rucksack dann haben wir jetzt hier 8,3 prozent statuseffekte und 4,9 prozent chance auf kritische treffer das sind jetzt sachen die nicht gerade sehr gut sind ich habe bei meinem rucksack komplett fertigkeiten tempo und fertigkeiten schaden noch drauf und dann noch meinen fertigkeiten tempo mod mit drauf das talent ist aber wichtig gerade für leute die mit den seeker mines viel operieren das ganze nennt sich perfekt berechnet kills die aus der deckung heraus erzielt werden verringern den fertigkeiten beziehungsweise verringern fertigkeiten cooldowns also beide fertigkeiten cooldowns um 15 prozent und wenn man sich überlegt dass man mit den seeker mines so wie ich spiele richtig eigentlich immer in deckung ist und mit dem geschütz versuch die gegner down zu halten dann gegner unter sperrfeuer nehmen seeker mines raus und wenn die seeker mines dann mit gutem schaden den gegner killen dann habt ihr hier gute chancen die fertigkeiten cooldowns immer so schnell wieder zu reduzieren dass ihr eigentlich die ganze zeit die seeker mines spammen könnt gut dann haben wir unseren guten alten bekannten wie ich ihn ja immer nennen den schild splitterer grundschaden 45.100 wie immer dann haben wir hier diesmal drauf 11 prozent sturmgewehr schaden 15 lebens energieschaden und 8 schaden gegen ungedeckte ziele das sind eigentlich drei sehr gute attribute für ein sturmgewehr allerdings sind sie natürlich ja relativ niedrig da werden wir einen haufen material brauchen um den auf top zu optimieren oder zu rekalibrieren gut talent logischerweise perfekter optimist wir wissen dass der waffenschaden erhöht sich um plus vier prozent für jeweils zehn prozent munition die im magazin fehlt ist leicht auszurechnen bei einem 30er magazin hammer am ende dann kurz bevor das magazin leer ist fast plus zwölf prozent waffenschaden dann das nächste wir gehen in den grünen bereich und zwar haben aus dem eclipse protokoll den rucksack eclipse protokoll auch recht interessant für leute die mit fertigkeiten unterwegs sind wir haben einen fertigkeiten lang 8,9 prozent status effekte und also vor allem für leute die mit den status effekten arbeiten ist eclipse protokoll nicht schlecht dann haben wir aus dem dilemma des verhandlungsführers die highball rüstung 12,1 prozent waffenschaden und 8,1 prozent korpsschuss schaden das gute alte hardwired set darf natürlich nicht fehlen mit dem molessey rucksack quatsch handschuh aber wiederum ein fertigkeiten rang und 16,8 prozent reparatur fertigkeit aktivierte direktive ist momentan auch in ja aller munde wurde ja ein bisschen gebufft und viele leute spielen das momentan dann haben wir hier auf dem schoner noch 12,1 prozent waffenschaden und 7,6 prozent korpsschuss schaden der zorn des jägers haben wir hier den holster 15 prozent waffenschaden also maximum und 3,3 prozent chance auf kritische treffer wenn ihr den noch nicht richtig in gold roll habt dann würde ich euch empfehlen den hier zu holen und dann hier unten einfach was anderes drauf zu rollen mit maximum dann habt ihr schon mal einen guten zorn des jägers holster nochmal dilemma des verhandlungsführers die täuschungsmaske auch hier haben wir maximum 15 prozent waffenschaden 6 prozent kopfschuss schaden auch hier gilt solltet ihr noch kein gold roll haben holt euch das und rollt hier was anderes drauf ok die rpk 74 e schwarzmarkt version haben wir hier jetzt mit dem grundschaden von 55.500 hier haben wir einen relativ niedrigen wert von 7,8 prozent lmg schaden 12 prozent schaden gegen ungedeckte ziele 10 prozent kopfschuss schaden ähm ja ist jetzt nicht so die hammer waffe aber apropos hammer wir haben hier das neue talent vorschlaghammer drauf solltet ihr also dieses talent bei den lmgs moment ich glaube ich muss kurz husten entschuldigung solltet ihr also dieses neue talent noch nicht in eurer rekalibrierungs bibliothek haben bei den lmgs dann kauft euch das ding und extrahiert das talent und dann ist die sache auch erledigt ähm ja ihr könnt natürlich auch das ding kaufen und so behalten allerdings ja lmg schaden ist schnell auf maximum gerollt dann habt ihr ja ein god roll aber die zehn prozent kopfschuss schaden bei dem lmg machen relativ wenig sinn egal talent vorschlaghammer ist auf alle fälle falls es noch nicht habt einen kaufwert wird einem ziel schaden durch eine granate zugefügt wird es markiert markierte ziele nehmen 30 prozent mehr rüstungsschaden und das bewegungstempo wird um 20 prozent reduziert die sind also ein bisschen langsamer unterwegs und die markierung wird nach 10 sekunden entfernt wir haben uns das ganze ja mal in einem meiner pts videos angeschaut ich selber bin nicht so begeistert von diesem talent man muss sich das ganze vielleicht mal ja etwas genauer anschauen und vielleicht ein bild erstellen das genau auf dieses talent zugeschnitten ist schauen wir mal aber wie gesagt wenn ihr das talent noch nicht habt holt euch das ding extrahieren so dann haben wir die m44 sonderanfertigung ihr kennt mich wer meines survival streams aus dem ersten teil verfolgt der weiß dass das mein absolutes nicht lieblings sniper gewehr ist wir haben hier einen grundschaden von 376.100 dann haben wir 10,9 prozent scharfschützen gewehr schaden drauf 103 prozent kopfschutz schaden und 8 prozent schaden durch krit und hier ist auch optimist drauf macht relativ wenig sinn bei einem scharfschützen gewehr dann providence defense haben wir den polizei spezial rucksack providence defense ihr wisst es ein angelegtes teil 15 prozent kopfschutz schaden dann haben wir hier noch drauf 10 prozent 10,7 prozent waffenschaden als kernattribut dann 10 prozent kopfschutz schaden im maximum und 7,1 sprengsatz widerstand und das talent beschützer ist ihr schild beschädigt erhalten sie drei sekunden lang plus fünf bonus rüstungen alle anderen verbinden 15 prozent ihrer rüstung als bonus rüstung und das ganze hat ein cooldown von drei sekunden hier haben wir so ein typisches beispiel von einem item wo alles querbeet durcheinander gewürfelt ist und macht eigentlich keinen sinn das ding zu kaufen dann haben wir aus dem eraldi holdings noch den holster hera eraldi holdings für scharfschützen interessant natürlich 10 prozent scharfschützen gewehr schaden bei einem angelegten teil und hier haben wir 11 prozent waffenschaden 10,2 fertigkeit tempo und 9,2 statuseffekte drauf auch das macht keinen sinn sei es drum dann sind wir schon fast am ende ihr wisst es am ende kommen immer noch zwei mods wir haben einmal hier einen verteidigungs mod mit 12 prozent schutz vor elite gegnern bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege ich glaube 14 prozent ist das maximum und die sind relativ selten also ich da ich kein legendär spiel sind bei mir ich glaube ich habe einen einzigen mod mit 14 prozent ansonsten bin ich mit 12 prozent gut ausgerüstet beziehungsweise gut versorgt falls ihr also noch schutz vor elite mods sucht dann werdet ihr diese woche bei cassie mendoza fündig dann haben wir noch für die seeker mines beziehungsweise ja die leute die mit den heal seeker mines spielen hier noch einen stabilen kolben mod mit 6,3 prozent heilung so das war also das was cassie mendoza diese woche für uns im angebot hat wer neu dabei ist erstmal herzlich willkommen und wer noch nicht weiß wie man cassie mendoza findet ihr findet unten in meiner video beschreibung unter diesem video zwei links zu videos die euch das ganze erklären wie funktioniert das system cassie mendoza und was muss ich tun um ihren standort auf der map aufzudecken und mit diesen schlussworten verabschiede ich mich auch schon ich erinnere nochmal an den live stream heute abend ich freue mich auf euch und bis dahin wünsche ich euch einen schönen mittwoch haltet die ohren steif grüße an alle grüße gehen da aus vor allem an rabbit bear 911 der ist gerade zurzeit in washington dc tatsächlich unterwegs also nicht nur virtuell sondern auch im real life und hat mir schon ein paar fotos geschickt wirklich sehr sehr schön vielen dank dafür ganz spezielle grüße an die ich genieße es und komm gesund zurück und den rest von euch wie gesagt einen schönen tag und wir sehen uns hoffentlich heute abend in meinem live stream oder aber in einem meiner nächsten videos oder live streams und bis dahin viel spaß beim zocken macht's gut tschüss euer Üferzig